Heyo Leute, herzlich willkommen zu Lucky Rush. Heute mit dem Max. Hallo und für diese geile Base des Todes, bitte mal einen Daumen nach oben da lassen. Du hast die Nine-Cat-Boots. Der zweite Block. Weißt du, vor der Aufnahme, vor der Aufnahme sage ich zu ihm, du bekommst eh wieder die Nine-Cat-Boots. Was bekommt er? Die Nine-Cat-Boots. Sorry, Bruder. Wow. Ähm, ich mach mal Lake 2. Aua. Es war so klar. Warum war es so klar, Max? Erzähl's mir. Ich weiß nicht, warum ich immer die bekomme. Du bekommst sie immer. Mann. Das wird jetzt heft. What the fuck? Ähm, pass auf, ich gebe mir mal Game Mode 1. Max, ist es okay, wenn ich mir einen Wassereimer gebe, weil guck mal meine ganze Spawn-Plattform. Mach nicht bei mir zwar nie, aber mach. Äh, ja, ich hab halt sonst nichts anderes. Ja, mach, mach, mach. Alles chillig. Es... Leu. Ähm... Das Geile ist... Nein! Nein! So, jetzt. Ich mach alles am Arsch. Ja. Ich muss meine Base erstmal wieder reparieren. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui ich würde das feiern. Ja, ich würde auch vieles feiern, aber nee. Max, das döhnert mich jetzt schon so ein bisschen an, ne? Ja, es tut mir leid, es tut mir sehr, sehr, ne irgendwie auch nicht. Irgendwie auch nicht, ne? Ich habe dich schon oft genug in den Folgen herangenommen. Genau, jetzt bin ich mal wieder dran. Jetzt darfst du mich rannehmen, Max, okay? Aua, 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 Aua! Aber denkt dran, ich habe da was dagegen. Das heißt, ich werde irgendwie versuchen, was dagegen zu tun, ne? Mein Freund. Okay. Wow! Huch! Hä? Ist da oben... Was? Ach was. LOL. Was? Hä? Ja, guck mal, was bei mir da oben passiert ist. Ich bin oben in der Luft. Oh! Hä? Das hatte ich noch nie. Was? Wow! Shit! Was habe ich denn hier jetzt gemacht, ey? Ab nach oben. Hä? W Was? Äh? Alter! Schwede. Hä? 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 What the hell? Okay. Oh, was? Hey, ich könnte jetzt was probieren. Warte mal. Es hält noch ein bisschen, ne? Naja, du bist in die Mitte geflogen, du Sack. Irgendwie leckt es gerade noch ein bisschen. Naja, leckt nicht. Ja doch, weil ich immer runter fliege bei den Young Boots Dingern. Okay. Aber Woody, jetzt habe ich auch die Gravity Pearls. Nein! Wow! Hast du das explodiert? Hast du das? Nö, ich mach nichts. Mann, Max, warum hast du die Young Cat Boots? Weißt du was? Also ich wollte zum abpümmeln. Oh, ich habe was, was den falschen Block setzen. Ah, egal. Was zum Henker. Oha. Puh. Puh. So, jetzt kommen die mal hier weg. Ui. Miii. Jo. Jo ernst doch? Tschüss. Max. ernst auf den franken ich mir nervt mich jetzt nicht du hast hinein get putz ich muss mich irgendwie verteidigen ich mache doch überhaupt nichts doch ich muss ja auf den keks gehen du hast hinein get putz du hast mich nur weiter geportet hat die weit kannst du die bitte werfen alter ich werfte nicht das ist eine bazooka ich habe gerade gar nichts gemacht ich bin runtergefallen was war denn das jetzt was mache ich jetzt am besten okay ich öffne einfach hier drin die natürlich natürlich der lucky block gott ist heute nicht mit mir was noch mehr lava halt die schnauze nein mama nein das denke ich mir auch gerade ein ender portal frame ich habe nicht mal was mich rüber zu bauen wirklich aber solche kack folgen muss ich auch mal haben oder kack folgen wir sind doch gleich auf warum ich da jetzt eine riesen skin hat er wieder sein was brennt killer bunny tschüss tschüss ja brenne bitte brennen und stirb und amal ist weg was ich nicht ne stopp das brauche ich hast du gerade ernsthaft was du hast das inventar gelöscht ne 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 habe ich dein inventar gelöscht das war die truhe was hast du den den rainbow lucky block geöffnet und es war die truhe die ender truhe nein 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 wie bitter ist das also komm du hol dir einfach noch mal blöcke von jedem sage ich mal vier das ist okay das ist mies das kenne ich das gefühl okay ja so schnell kann es gehen was für blöcke hatten wir noch mal ähm dream steam spiral und ähm ähm rainbow steam äh 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 hey ohne hilfs jetzt mal ernsthaft wie viel glück muss ich haben weißt du ich habe schon die die runde habe ich schon ab abgeschlossen gehabt ja nicht deb macht ja auch noch auf die scheiß truhe hält die truhe die musst du aufmachen um dein zeug zu safen safen ja das ist eine ender truhe ja eben ja eben in die ender truhe musst du dein zeug rein machen damit nichts verschwindet aus deinem inventar na ähm 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 warte steam dream ja äh das was noch viral ne ja gmolo 0 der steht glaub ich böse auf mich hilfe weg hast du netherstar angeboten wow hier nein ich kann hier nichts gegen netherstar tauschen wenigstens habe ich jetzt blöcke wie viele ein paar oh wieso kann ich kurz lag eins machen warte 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 jetzt kannst du es machen so ich hoffe das bringt jetzt was ja jetzt gehts wieder naja doch nicht egal ne naja ich behalte dieses schwert hier wow was hab ich denn hier gespawnt ey alles brennt alter irgendwie legt das server oder liegt das an mir ich denke das liegt an dir weil ich habe keine probleme komisch 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 aufzubrennen weg oh ne doppelt oh nice oh hätte ich noch nen zweiten ender äh äh nen zweiten netherstar ich brauch nen zweiten netherstar wieder wow ach geil ach geil ok äh what damn gut kann man nicht aufmachen hilfe äh ok ähm irgendwas ist hier grad lag 2 geht das ne mach nochmal lag wenn du willst kannst du nochmal lag 1 machen naja jetzt ging es wieder so ich hab eine netherstar ich gib Transport ja wenigstens hab ich hier den schwert you gib mir noch netherstar your wish came true aah da sind überall keine netherstar ach shit oh klar noch ein paar bomben da sind wir auch holzrüstung krasser shit what the fuck es war ja so ja logisch dreaming creeper die machen hier party jachin jachin Ich habe rein... nix ungefähr. Mein Gott, ich hatte so guten Stuff, ne? Ja, das glaube ich dir sofort. Oh oh, Deathwish kam. Ja, bam. Alles klar. Oh, hier brennt alles. Heftig. Heftig, heftig. Heftig. Heftig, heftig. Jetzt muss ich erstmal wieder backen. Oh, ups. Nein! Jetzt habe ich Pfeile. Habe ich einen Bogen. Ich hoffe einfach die Blöcke, ja gut, in die Mitte reichen sie auf jeden Fall wieder. Hä? Oh, selbst meine OP tränken. Das ist hier die Pfeile. Oh Mann, ist das bitter, Alter. Oh, hier ist noch ein Block. Du warst zuerst in der Mitte, gell? Ja. Bei wenigstens hast du den guten Stuff der Geschichte. Hör, ich habe auch guten Stuff. Also nur zur Info. Weißt du, hier liegt der Trank. Ich sammel ihn nicht ein. Jetzt. Uh. Okay, ne. Alter! Max! Du willst... Ohne Witz. Ich verarsch dich nicht. Ich kann schon wieder das Illuminati Schwert craften. Ey, willst du mich verarschen? Ey. Wie kriegst du das Illuminati Zeug? Ohne Trollblöcke. Du craftest einfach in die Mitte den Nether Star. Oh. Alter, du bist hier. Fick dich. Fick dich, halt dein... Max, halt dein Maul. Max, nein. Verschwinde. Alter, ich bin gerade dabei das Illuminati Schwert zu craften. Tschüss. Oh. Was ist das? Der macht... Der hat scharpe Szene. Der Stick. Hui. Ja, ich hatte kein Leben. Oh. Ich bin runtergefallen. Mann. User disconnected from your channel. Okay. So. Was ist da los? Ich will... Lass mich jetzt mal... Och, Mann. Max, lass mich einfach... Jetzt dieses verdammte Illuminati Zeug craften. Das habe ich mich gerade mega aufgehalten. So. Geh. Will ich nicht. Wow. Penner. Alter, nein. Die Workbench. Ja. Ist das aufgehalten. Ich habe noch 5 Holz. Ich muss mir dieses Illuminati Schwert jetzt craften. Das war schnell. Oh. So. Ähm. Zack. 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 Jawohl. Eins habe ich. Jetzt kurz chillen, bis du kommst. Huhuhuhu. Was? Nix, nix. Alles gut. Oh. Der Stick. Erregelt. Jetzt sterbe ich wieder. Oh, Mann. Oh, Mann. Alter. Das wird wieder mega heftig hier. So. Zack, zack. Schneller, 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 schneller. Ja. Huh. Das Zweite. Und. Zack. Zack. Pam. Habs Illuminati Schwert. WTF. WTF. Wie kriegst du die? Ich zeig dir das crafting Rezept später, okay? Vor allem die Range von dem, Alter. WTF. Alter. So viel Glück musst du haben. Das ist jetzt unsere zweite Runde hintereinander. Max hätte das Ganze schon längst entscheiden können mit den Nine Cat Boots. Und dann kommt ich und hab einfach dieses scheiß Glück, Alter. Ich hasse mich grad selber dafür. Boah. Nein. Jagt noch nicht alles in die Luft. Alter, was hast du für ne Base? Junge. Max. Fuck. Fuck. Was mach ich eigentlich? Was hast du für ne Base, Mann? Du Penner. Was ist das? Jetzt find ich hier mal die Wolle. Versuch's. Alter. Nicht so richtig assi, ne? Das ist ne richtige Assi Base. Boah. Verdammt nochmal, ey. Kein gescheites Schwert. Okay. Die Wolle ist hier nirgends. Damit's ein bisschen schneller geht. Porten wir uns mit der Enderperle nach unten. So. Oh. Meine Herzen. Äh. Zack. Zack. Mann. Max. Wie kannst du nur so ne Base bauen, du Lümmel? Bist du ein richtiger Lümmel, du? Äh. Lol. Es war so klar, dass du die Wolle genau an dem Punkt versteckst. So. Sie ist weg. Es war so klar. Alter, wo soll bitte deine Wolle sein? Kleiner Tipp, du musst wohl runter. Es ist möglich. Es ist nicht assi, es ist möglich. Mehr sag ich aber nicht. Puh, was hab ich denn noch? Ja? Können wir das ganze so machen? Äh. So runtergefallen. Nee. Du hast so gestöhnt. Du Penner. Du hast sie. Hä? Du hast die Wolle. Wow. Wo bist du? Nein! Ich hab mich selbst gekillt. Bin ich jetzt tot? Wow! Max! Nein! Habe ich das? Habe ich das? Ich hab dich noch gekilltet! Alter! Ha ha ha! Boah! Hast du TNT? Was war das für ne Folge, Leute? Was war das für ne Move, man? Hast du TNT geworfen? Ich verstehe das nicht! Hast du TNT geworfen? Nee! Durch dieses Loch? Hä? Was? Ich hab hier das Teil explodieren lassen, aber ich hab mega den Schaden gekriegt. Deswegen. Boah! Und dann hast du mich... Ich hab einen Knockback auf dem Schwert und hab dich einmal gehittet und dann bist du runtergeflogen. Du Penner! Okay! Fettes GG an Max! Werde das gedacht, Leute! Bis zum nächsten Mal! Oh! Haut rein! Schaut bei Max vorbei und tschüss! Tschüss! Tschüss!